Welchen Wert hat dein Angebot und wie kannst du mit sechs Schritten den Wert des Angebotes noch klarer machen? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und das kam so ein bisschen hoch, weil wir am Montag auf meiner Facebook-Seite in einem Beitrag darüber gesprochen haben, wie wir damit umgehen, wenn ein Kunde zu uns kommt und einen Einwand hat. Ihr kennt das vielleicht, ich habe gar keine Zeit, dein Angebot zu kaufen. Ich habe gar kein Geld, dein Angebot zu kaufen. Und Einwände sind für gewöhnlich etwas, was passiert, wenn der Nutzen und der Wert des Angebotes noch nicht so wirklich klar ist. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du hier unterstützend mit sechs einfachen Schritten es hinbekommst, dass dieser Wert für deine Kunden glasklar ist. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Kathrin Hill, ich bin Facebook und Online-Business-Expertin und ich tauche heute mal tief ein in die Möglichkeiten, wie du auf Social Media meine Tipps umsetzen kannst, damit der Kunde diese Einwände, kein Geld, keine Zeit, gar nicht erst hat. Das ist unser Ziel. Und da schauen wir uns mal ziemlich genau an, welche sechs Schritte du hier durchgehen kannst. Ich möchte, dass du einmal diese Aufgabe machst und wirklich dir auch Zeit nimmst, das ist wirklich To-Dos für dich am Ende hier von diesem Training, Mini-Training würde ich mal sagen, wo du eine ruhige Minute brauchst und wirklich mal aufschreibst alle sechs Schritte und wie du sie umsetzen könntest für dein Business. Vielleicht ist nicht jedes davon für dich relevant, aber die meisten wirst du machen können und wir wollen als Ziel den Wert von deinem Angebot besser kommunizieren. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwie da mehr reinpackst oder irgendwie mehr was Größeres machst, was Teureres anbietest. Ganz im Gegenteil. Ich möchte das, was du jetzt hast, dass du es besser kommunizierst nach außen mit Hilfe von Beiträgen, zum Beispiel auf Facebook, in deinen Stories und so weiter und es damit schaffst, deine potenziellen Kunden viel besser abzuholen. Und wir steigen mal direkt ein. Wenn ihr Fragen habt dazu, immer rein damit. Ich habe hier den Chat offen. Ich sehe das und kann da direkt drauf reagieren. Nummer eins. Nummer eins. Was kannst du tun, um den Wert deines Angebotes zu erhöhen und besser zu kommunizieren? Und Nummer eins ist, immer wieder zu fragen, warum? Und ich schreibe das mal auf und dann erkläre ich es. Warum möchte jemand bei dir etwas kaufen? Wir haben nämlich ein großes Problem. Wir sind Experten auf unserem Gebiet. Ja, das heißt, wir wissen super gut, was wir anbieten. Zum Beispiel, ich biete an, wie man ein skalierbares Business aufbaut und das nächste Level erreicht mit unserem neuen Programm Level Up. Da erzähle ich am Ende noch ein bisschen was dazu. Aber das ist jetzt gerade, was ich gesagt habe, ein skalierbares Online-Business aufbauen ist so, warum ist das wichtig? Das heißt, egal was wir anbieten, egal was du anbietest, stell die Frage, warum? Warum ist es wichtig, ein skalierbares Online-Business aufzubauen? Zum einen skalierbar, weil nicht Zeit gegen Geld getauscht. Ja, das wäre jetzt eine Antwort auf das Warum. Skalierbar bedeutet aber auch, dass ich ein Business aufbaue, das mich trägt, das meine Rente irgendwann bezahlt. Ja, wir wollen alle abgesichert sein. Das wäre ein zweites Warum. Warum ist das wiederum wichtig? Ja, ich kann mich auch anstellen lassen, dann wäre ich sicherlich ein bisschen entspannter. Das heißt, egal was du für ein Warum hast, du kannst nochmal Warum fragen. Wir fragen so lange warum, bis uns klar wird, dass es eigentlich nicht um skalierbare Online-Business geht. Und das ist genau das Gleiche bei dir. Was bietest du an? In einem Satz. Schreib mir gerne mal in die Kommentare. Was bietet ihr an? Ja? Was ist das Angebot, das ihr nach draußen bringt? Euer Hauptangebot. Es können ja sein, dass ihr mehrere Sachen habt. Aber das würde mich sehr interessieren. Die Frage jetzt also, warum ist das spannend für deinen Kunden? Ja, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die bietet Selbstliebekurse an. Und Selbstliebekurse ist nichts, was wir wirklich haben wollen. Was ist das Warum dahinter? Warum will ich denn Selbstliebe haben? Warum ist Selbstliebe für mich wichtig? Und da wird es spannend, wenn wir das in Facebook, in Beiträgen erklären. Ich warte noch auf eure Kommentare, was ihr genau anbietet. Dann können wir da ein bisschen tiefer eingehen und ich kann ein paar Beispiele reinbringen. Sabine, Wohlfühlambiente. Genau. Warum ist das wichtig, Sabine? Warum ist das wichtig für deine Kunden, dass es ein Wohlfühlambiente gibt? Ja? Und die Frage, warum, stellen wir uns nicht nur einmal, sondern mehrfach. Denn niemand braucht einen Coach. Ja? Niemand braucht einen neuen Online-Kurs. Alle wollen mehr Geld. Uns muss also klar sein, dass unser eigentliches Ziel immer ein anderes ist, als das, was wir gerade anbieten. Dieses Warum dahinter, wenn wir das auf Social Media kommunizieren, hilft uns das, den Wert von unserem Programm, von unserem Angebot, von unserem Produkt viel klarer darzustellen, weil wir dem Kunden die gesamte Transformation, die gesamte Reise zeigen. Wir wollen besser kommunizieren, um den Wert viel klarer zu machen für unseren Gegenüber. Denn ganz häufig, und das ist das größte Problem, dass ich sehe, wenn wir auf Social Media verkaufen, ist, dass das Verständnis nicht da ist. Wir wissen, was wir anbieten, aber unser Kunde versteht es nicht. Der weiß einfach nicht, der kennt den Nutzen nicht. Und dann kommen genau diese Einwände, die wir gestern diskutiert haben, das ist mir zu teuer. Weil der Nutzen nicht klar ist, weil der Wert nicht nicht klar ist. Und da ist bei dem Warum, warum sollte jemand das bei uns buchen, super, super wichtig. Ja? Janine macht Detox und Wohlfühlgewicht für Frauen. Warum ist das wichtig? Ja? Super Thema. Warum sollte das wichtig sein für die Frauen? Und das ist, da kannst du ganz, ganz viel, da kannst du eine ganze Liste draus machen. Da hast du schon 20 neue Beiträge, die du machen kannst auf Facebook. Super simple Aufgabe, die ihr jetzt direkt umsetzen könnt. Ja? So, ich gucke mal noch ein paar. Da, Andrea. Glücklich sein, lernen. Schönes Thema. Finde ich total spannend, aber super, das Warum hier reinzubringen. Warum ist das wichtig? Ja? Und dann können wir auch Situationen erklären und Beispiele geben. Wir können da ganz tief eintauchen und können dieses Warum immer wieder fragen, bis wir wirklich zum eigentlichen Ziel unserer Kunden durchgebrochen sind und nicht mehr in unserem Experten-Sprech sind, ja, sondern wirklich das eigentliche Ziel, das wirkliche, echte Ziel, glücklich sein ist, viel zu groß, ja? Was ist das eigentliche, wirkliche Ziel, die Situationen, die du dir wünschst, ja? Und da können wir ganz tief reingehen und das macht erst den Wert aus. Und wenn wir darüber sprechen und diese Erkenntnis beim potenziellen Kunden da ist, ist der automatisch bereit, weil er es viel besser versteht, die Transformation dahinter versteht, ist er automatisch auch bereit, hier in sich zu investieren, ja? In Wachstum oder in Persönlichkeitsentwicklung oder oder. Okay, das ist Schritt Nummer 1. Frage, warum? Frage es nicht nur einmal, sondern warum mehrfach? Und dann kommen wir zu Schritt Nummer 2 und das ist der Vergleich. Und das hatte ich in dem Beitrag gestern auch. Wir können natürlich, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ähm, Katrin, ich glaube, das ist mir zu teuer bei dir, ja? Zu teuer bedeutet für diese Person, er hat es mit etwas anderem verglichen. Die Frage ist nur, womit? Die Frage ist, womit hat er es verglichen? Wir können da also sehr gut drauf eingehen und wir können mit dem richtigen Vergleich vorher schon diesen Vergleich, den der Kunde alleine sowieso macht, er vergleicht so oder so, mit irgendwas anderem vergleicht er immer. Wir können ihm aber die Vergleiche liefern auf Social Media mit Beiträgen. Vergleiche also, ich gebe euch mal ein paar Beispiele Vergleich. Wichtig also, der Kunde vergleicht so oder so. Jetzt liegt es an uns, dass er das mit dem richtigen Gegenstück vergleicht, ja? Um dadurch den Wert von unserem Programm viel klarer herauszustechen. Und da gebe ich euch mal ein Beispiel mit für, ähm, von einer Kundin von mir, die liebe Sandra. Sie war bei mir Kundin, ich bin bei ihr Kundin. Und zwar bietet Sandra Personal Training an über Zoom, also online, digital und hat quasi einen, also ich buche sie mit meinem Team gemeinsam. Wir machen zweimal die Woche zusammen Sport und Sandra hat einen, eine Mitgliedschaft, einen Ibiza, sie nennt ihren Ibiza Fitness Club, weil sie auf Ibiza sitzt. Geht ja alles digital heutzutage. Wenn wir jetzt mal anfangen zu vergleichen, so einen digitalen Online Fitness Club, wo dreimal die Woche gemeinsam Sport gemacht wird mit Feedback, okay, ich sehe dich in der Kamera und ich sehe genau, was du machst. Und wir jetzt anfangen zu vergleichen. Bei dem Kunden wird wahrscheinlich, oder bei dem potenziellen Kunden wahrscheinlich der erste Vergleich sein, ähm, Fitnessstudio. Weiß ich nicht, wie viel die kosten. Ich war noch nie Mitglied in einem Fitnessstudio tatsächlich. Weiß ich nicht, 30 Euro, 50 Euro, wenn es ein bisschen schickeres ist oder so. Weiß nicht, habt ihr, wisst ihr, wie teuer ein Fitnessstudio ist? Da wird also der erste Vergleich gemacht, ja? Das heißt, der potenzielle Kunde vergleicht mit dem Fitnessstudio. Und da ist genau das Problem, denn das ist eigentlich überhaupt nicht der richtige Vergleich. Der richtige Vergleich wäre zu einem Personal Trainer, der zu dir nach Hause kommt und das mit dir zusammen macht, dir direkt Feedback gibt, weil das ist das, was Sandra macht. Sie hat da vielleicht dann 10 Leute, aber sie macht Sport und sagt, Katrin, Rücken gerade, okay, Sandra, alles klar. Katrin, du stehst schon wieder ein bisschen schief, okay, alles klar, ich mache die Übung jetzt und Sandra, ich kann nicht mehr, ich bin bei der 10. Keine Ahnung, ja? Wir machen Bauch, Beine, Po, alles, was dazu gehört. Aber ich kriege direktes Feedback von ihr. Wir haben keine Anfahrtswege. Ich spare also auch noch Zeit. Das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche Vergleiche, in die wir gehen können. Entweder ich vergleiche, der Kunde vergleicht vielleicht mit einem 30 Euro Fitnessstudio, wo er kein Feedback bekommt, wo er sich selber um alles kümmern muss oder er vergleicht mit einem Personal Trainer, der die Stunde 100 bis 150 Euro kostet, der vielleicht noch zu dir anreisen muss oder zu dem du anreisen musst. Wieder Zeit, die flöten geht und am Ende ist es sehr viel teurer. Wichtig ist also, und das würde mich jetzt mal interessieren, wie das bei euch ist in eurem Business, womit vergleichen eure Kunden euer Angebot? Und wie könnt ihr vielleicht einen anderen Vergleich finden, der viel näher dran ist an dem, was ihr anbietet? Damit der Nutzen, der Wert viel höher ist und viel höher nicht nur wirkt, sondern einfach von außen anders wahrgenommen wird. Darum geht es. Wir nutzen Vergleiche, du kannst auch mehrere finden, um wirklich hier den Wert deines Angebotes zu erhöhen. Denn es ist ganz klar, wenn wir einen anderen Vergleich einsetzen, Fitnessstudio Personal Trainer, ein riesen Unterschied. Und es liegt jetzt an euch, dass ihr Social Media nutzt und den Vergleich immer wieder mit reinbringt. Oder die Vergleiche, wenn ihr mehrere habt, das ist natürlich ideal. Ich gehe mal rein. Ja? Genau. Beate, das gleiche 90 Euro für Fitnessstudio. Echt? Das ist aber teuer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann ist das ja ein Schnäppchen bei der Sandra, würde ich mal sagen, mit direktem Feedback. Ich weiß nicht, wie das im Fitnessstudio ist. Genau. Iris. Eltern vergleichen mit einem Vor-Ort-Kurs. Du machst PKP-Kurse online. Das ist natürlich ganz klar, dass da der Vergleich stattfindet. Aber, Iris, du weißt, dass dein Wert, dein Nutzen ja ein ganz anderer ist. Ich finde jetzt also einen neuen Vergleich, weil es geht da nicht nur darum, dass die Kinder spielen, sondern es geht um die Entwicklung der Kinder und auch der Eltern, ein Verständnis dafür, eine andere Lernumgebung ja auch zu machen für die Kinder, damit sie viel individueller, viel einfacher sich selber weiterentwickeln können. Das passiert in einem Vor-Ort-Kurs nicht. Ich habe einen PKP-Kurs gemacht damals mit Ronja. Ja, da weiß ich, dass das nicht passiert. Ja, deswegen ganz wichtig, dass du da verstehst, dass das der nächste Schritt ist. Okay. So. Da Annette sagt, ich weiß nicht, womit meine Kundinnen vergleichen, deswegen ganz, ganz wichtig, dass du mit denen sprichst. Ja, auch wenn du noch keine Kunden hast, wenn du Interessenten hast, sprich mit denen und frag sie doch mal. Womit würdest du das jetzt vergleichen? Am besten am Telefon oder im direkten Gespräch. Und dann gucken wir einmal, dass du da Learnings hast und das auch einsetzen kannst für künftige Kontakte. Ja, genau. Wenn ihr es nicht wisst, Manuela, fragt mal. Ganz, ganz wichtig. So lernen wir unsere Kunden kennen. Und wir fragen das zum Beispiel immer ab, während ein Programm läuft oder auch während wir ein Webinar machen. Danach fragen wir dann, hey cool, wie fandest du das Webinar und mit wem arbeitest du noch so zusammen? Ja, mit was würdest du unser Programm vergleichen? Das fragen wir ab in einem Formular. Kann man super machen. Ja. Okay, also Tipp Nummer zwei, Tipp Nummer eins war, warum fragen? Also viel mehr in das Sprech und in die Ziele und die Wünsche deiner Kunden reingehen. Tipp Nummer zwei, Vergleiche finden, die viel mehr den Wert von deinem Programm ausdrücken und damit auch die Wahrnehmung von dem Wert erhöhen. Tipp Nummer drei ist der Domino-Effekt. Hört sich toll an, ne? Ihr kennt das, Domino. Wir fangen an und schmeißen den ersten Domino um und eine ganze Reihe an Dominos fallen einfach so. Das ist der Domino-Effekt und da nehme ich jetzt mal ein Beispiel von vielleicht einem Angebot, wo es darum geht, YouTube-Videos zu verbessern. Also richtig geile YouTube-Videos zu machen, ja, wenn du sowas anbietest. Was ist der Domino-Effekt? Was erzeugt das, dass du bessere Videos machst? Also, was zieht das mit sich? Was kommt danach? Vielleicht zeigst du nicht anderen Unternehmern, wie man mehr Umsatz macht. Aber durch bessere YouTube-Videos schaffst du es, dass deine Autorität viel besser nach außen dargestellt wird. Du hast eine bessere Auflösung, vielleicht eine bessere Kamera, ein besseres Setup. Du wirst viel mehr als Experte wahrgenommen. Du wirst dadurch vielleicht viel schneller auch Abonnenten bekommen. Du wirst dadurch vielleicht auch viel schneller Kontakte bekommen und Leute, die sich für ein Kennenlerngespräch anmelden. Und dadurch dann natürlich auch mehr Kunden. Das heißt, dein Angebot, was machst du genau? Und wenn man das geschafft hat, was ist da für ein Domino-Effekt? Was kann das noch alles anstoßen? Was könnte danach noch folgen? Und wie kannst du das in Social Media mit einbringen? Also, alles, was danach passieren könnte, mit einbringen. Da haben wir wieder 20 Beitragsideen, die mindestens, ja, also theoretisch bei jedem Angebot, das du hast, hast du wieder andere Domino-Effekte, die das auslöst. Und wenn du dir da einmal Gedanken machst und daraus die Domino-Effekte rausziehst, das ist Gold wert, definitiv. Macht das soweit Sinn? Ja, so Ripple-Effekt kann man es auch nennen. Und da eben zu gucken, wie schaffe ich es? Welche Vorteile hat es noch, was ich anbiete? Und was würde das noch auslösen? Ja? Was ist das bei euch? Würde mich mal interessieren. Was ist der Domino-Effekt von eurem Angebot? Schreibt gerne das Angebot noch dazu und was es für einen Effekt hat, damit die anderen das ein bisschen mitsehen können. Okay. Nummer 4. Ich mache jetzt relativ kurz. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann sagt gerne Bescheid. Nummer 4. Zeit sparen. Ihr kennt das vielleicht. Das sind die zwei Einwände, habe ich auch eben schon gesagt. Wenn jemand bei dir nicht kauft und den Wert nicht erkennt von deinem Angebot. Zwei Einwände. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Ja? Es ist mir zu teuer. Also es gibt da verschiedene Aussagen zu diesen beiden Einwänden. Ja? Kauf Einwänden, damit sie nicht, dass sie vielleicht eventuell nicht kaufen. Und Zeit sparen ist jetzt hier das Gegenteil. Wenn du es schaffst, denn das ist mal ein Fakt. Es gibt niemanden, den ich kenne, der extrem viel Zeit hat und Langeweile. Ja? Niemanden. Ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft ist es so. Wenn du es schaffst mit deinem Angebot, mir irgendwie Zeit zu sparen und es irgendwie für mich leichter zu machen. Was ich vielleicht schon seit 10 Jahren versuche. Warum, ja? Sollte das jetzt bei dir funktionieren? Ich habe das schon so lange probiert. Warum kannst du diesen Weg verkürzen? Zeit sparen also. Ist mein Tipp Nummer 4. Und zwar musst du klar kommunizieren, wie du das schaffst. Ich schreibe es mal auf. Also, Zeit sparen. Wie schafft es dein Angebot, dass dein Gegenüber Zeit spart? Und das vergessen wir so häufig. Und auch da können wir wieder den Wert unseres Angebotes erhöhen. Wir müssen nicht mal das Wort Zeit sparen verwenden. Aber wenn wir da die kleinen Hinweise, die das automatisch ja in unserem Gehirn auslösen. Wie zum Beispiel, du kriegst konkrete Vorlagen von mir. oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder individuelle Betreuung oder ein Coach an deiner Seite, was wir in Level Up machen. Du hast einen Success Manager an deiner Seite, um Zeit zu sparen, um deine konkreten eigenen Ziele zu erreichen. Das heißt, was genau in deinem Angebot hilft, dem Gegenüber Zeit zu sparen? Es könnte auch einfach eine neue Methode sein, die du einsetzt, die es so entweder noch nicht gab oder die derjenige noch nicht ausprobiert hat, die sehr viel schneller funktioniert. Denke ich an Hypnose zum Beispiel. Da haben wir also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn wir das in unserer Kommunikation auf Social Media immer wieder... Mir geht es jetzt nicht nur darum, dass du das machst, wenn du verkaufst. Mir geht es darum, dass du alle sechs Punkte einsetzt, jederzeit. Und immer wieder, wenn du von deinen Angeboten sprichst, von dem, was du anbietest, immer wieder einen von den sechs mit einbringst in deine Kommunikation. So erhöhst du den Wert von deinem Angebot, nämlich automatisch. Okay, so. Tipp Nummer fünf ist die Kosten. Ja, ich schreibe es mal auf. Das Problem ist sehr häufig, wenn wir daran denken, oh, ist mir zu teuer. Und diesen Einwand, der Wert ist nicht klar von dem Angebot, der ist noch nicht so, dass ich sage, das ist es mir wert. Ich werde alles tun, um genau das umsetzen zu können. Ja, das ist nämlich das Ziel, was wir natürlich am Ende erreichen wollen. Und die Kosten, was kostet es dich, wenn du es selber machst? Was kostet es dich, wenn du es vielleicht woanders machst? Wenn wir das in Social Media klar kommunizieren nach außen, dann hast du schon gewonnen. Welche Kosten hat dein Gegenüber? Und für gewöhnlich ist das Zeit, ja? Zeit oder extrem viele Nerven. Und wenn du das kommunizierst, dann schaffst du es, den Nutzen noch mal klarer zu bekommen. Was kostet es dich, wenn du es so selbst machen würdest? Viele, viele Jahre und viele, viele graue Haare wahrscheinlich, ja? Okay. Und Tipp Nummer sechs. Demonstriere die Konsequenz. Ich schreibe es auf. So, wir haben viele neue Zuschauer dabei. Also wichtig ist mir, dass wir den Wert deines Angebots erhöhen. Und was ist jetzt die Konsequenz, wenn sie das Problem nicht lösen? Denn sie verändern sich ja nicht. Sie bleiben stehen auf diesem Punkt. Und was hat das für Konsequenzen? Wenn wir das klar machen, steigt automatisch auch der Wert von unserem Angebot. Weil ihnen klar wird, ja, okay, ich kann alles so machen wie bisher, aber das wird mich nicht weiterbringen. Was bedeutet das? Weiterhin unglücklich sein. Weiterhin kein schönes Ambiente, was wir eben hatten von Sabine, ja? Wir haben so viele Möglichkeiten, weil die sind ja an einem Punkt, wo sie eigentlich eine Lösung haben wollen. Sie sind an einem Punkt, wo sie einen Schmerzpunkt haben, wo irgendetwas, irgendein Wunsch oder ein Problem, ja, gelöst werden soll. Oder, weiß ich nicht, ein Wunsch ausgelöst. Und da ist für mich ganz wichtig, dass wir von diesen Konsequenzen, wenn sie da stehen bleiben, dass sie da auch dran erinnert werden. Dass wir sie da in Social Media auch abholen. Hey, du stehst da gerade. Und was bedeutet das, wenn du da noch zehn Jahre bleibst? Wenn du noch zehn Jahre genauso weitermachst wie bisher? Was kann das für Konsequenzen haben? Vielleicht, ja, am Ende ist dein Restaurant nicht mehr da, weil du nicht mit der Zeit gegangen bist oder ähnliches. Das ist jetzt so ein bisschen Schwarzmalerei. Aber hier können wir natürlich einfach ganz klar aufzeigen, hey, was passiert dann, wenn du dich nicht veränderst, wenn du nicht den nächsten Schritt gehst? Und ich liebe das über Storytelling zu machen, Geschichten zu erzählen und die Menschen mitzunehmen in Beispiele. Nimm für jedes der sechs Tipps, Beispiele, ja, erzähle Geschichten, erzähle Kundenerlebnisse, deine eigenen Erlebnisse, deine eigenen Geschichten, deine eigenen Wendepunkte. All das kannst du einsetzen, um den Wert von deinem Angebot zu erhöhen. Macht das soweit Sinn? Ja, Sackgasse ist nicht gut. Andrea, da kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen, was du da meinst. Aber für mich ist wichtig, dass ihr euren Nutzen, euren Wert von dem, was ihr anbietet, sehr, sehr klar nach außen kommuniziert. Denn das entscheidet darüber, ob jemand bei euch kauft oder auch nicht. Nutzen wir perfekt Facebook dafür, Social Media Beiträge, Stories, Videos, die wir machen, um sie hier mitzunehmen auf unsere Reise und auch in unser Angebot. Denn es geht nicht darum, dass wir sechs Module haben und fünfmal Fragen beantworten und eine Facebook-Gruppe. Es geht vielmehr um die Kommunikation dieser sechs Tipps, ja. Wenn du die einsetzt, hast du einen ganz anderen, einen ganz anderen Zugang zu deinem Interessenten und eine ganz andere, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, eine ganz andere Wahrnehmung von deinem Angebot, von deinem Programm. Okay. So viel dazu heute. Ich bin gespannt, wie ihr das umsetzt. Ich werde das auch noch mal so ein bisschen aufbereiten in der Beschreibung, könnt ihr auch noch mal reingucken. Und wenn du jetzt noch tiefer eintauchen willst und sagst, wow, mega gut, Katrin, ich möchte strategisch in die Kommunikation gehen mit meinen Kunden, viel gezielter verkaufen, ich möchte mit dir gemeinsam in den nächsten zwölf Monaten ganz intensiv aufs nächste Business-Level kommen, dann hast du vielleicht schon gesehen, dass wir ein neues Programm starten. Am 1.9. geht es los und am 24.6. endet der Frühbucherrabatt, also meldet euch sehr gerne bei mir per Messenger, also schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich finde das besonders schön, wenn ich mit euch direkt in den Austausch gehen kann, um herauszufinden, ob das Programm für euch passt. Und da geht es unter anderem um diese Themen, es geht um Marketing, es geht um Ziele setzen, es geht um Prozesse und es geht um ganz viel Fokus halten. Du hast einen Erfolgsmanager an deiner Seite, Success-Manager nennen wir es auch. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du uns schreibst. Und noch mehr freue ich mich ganz ehrlich, weil das ist für mich entscheidend, dass ihr das umsetzt, was ihr heute von mir gelernt habt. Nehmt euch also ganz gezielt nochmal Zeit, blockiert euch zwei, drei Stunden, wo ihr nichts anderes macht, offline seid und an diesen, genau diesen sechs Tipps arbeitet und eure Social Media Inhalte entsprechend ein wenig anpasst. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Verkaufen. Bis dann!